ARD Text im Auftrag von Funk Alter Uh Da hat mir jemand richtig... Er hat Spezmodus! Ey, da gibt es ja wirklich Spezmodus drin, hä? Gönne Biene Was steht zur Auswahl? Gönne Biene Gönne Biene Gönne Biene Gönne Biene Aha Nur in einen Trials René. Aber wenn du hier mit Schwäzimmern stirbst, droppt er ja. Borkaholic? Ehre, dass du dich brangst. Kein Blick auf das aber nur weil es bei dir in den Lobby zu ist und das heißt nicht das pauschal Bottler ein bisschen in einen Trials. Und wenn du auch Bottler ein bisschen in einen Trials hast, warum rickst du dich drüber auf? Ey das war mein Bounty. Das habe ich mir grad mit meinen Augen gesichert. Dann seid ihr gegönnt. Also nicht böse gemeint, also ich mein es auch nicht böse aber. Oh nein, was ist denn mit Hobbes-Hotel hier? Katta. Katta, Katta, Leia. Katta. 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 So der Sniper nehmen wir als erstes raus, wenn wir Sniper haben kein ... Katta. Katta. Was? Komm mal auf der Switch? Bei Snipern ist das Prinzip Sache, wenn wir die als erstes rausnehmen. gleich zusammen gerne kann nur die zwei sein war noch nie die 1 nein du bist die 1 du bist die 1 danke für die ablenkung mein freund hat sie nach dem schluss mit mir gemacht nach dreieinhalb jahren beziehung man holz liebe und starb aber du stehst durch bruder zerbrech schaffst du dann war sie nicht richtig muss mal zu sehen immer so sehen kenne ich schon nicht aber das war ein tipp den ich ihnen gebe tut immer weh zu sehen wie junge leute die mails halten wirklich sehr sehr lange durch ja da wo auch danke für den follow das ist die matze lobby das war mein kill schimmer dahinten pimmel sieben ganzen tag oder was schon mal schauen entweder heute oder schwer das ist nicht heute ja am montag wieder jim ist wichtig stabil nein ey ey das war so dumm von mir ey wo lauf ich hin warum kommen die zurück ich finde es immer witzig wie unbesiegbar also wie vermeintlich unbesiegbar ist eigentlich immer mit spitz bonus also spitz muss es wirklich so ein geiles produkt so ein geiles produkt aber nur wenn ich es hab das gas verbreitet nur wenn ich es hab obwohl eigentlich immer wenn ich ihnen das spitz muss haben werden die outgunnen dann klaue ich mir den spitz bonus wichtig und richtig habt ihr morgen vertreibten umsorgen jeden tag 7 uhr matze show die matze show jeden tag um 7 uhr braucht jemand eine gasmaske ok was wird ja dann schwierig meine ich meine ah die sind doch stabil ich bin so reckless dass ich da einfach pushe und so ist echt nicht so schlau ich bin der schnapper shit hackt man sich mit dieser rion der zink ist ne ich glaube nicht ich dachte eigentlich squads wird richtig schlimm sein in diesem modus irgendwie macht es übel spaß auch gegen geeks also ich habe ja egal ob geeks oder gute spiel äh 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 timis macht auch nochmal bock how many kills what der hat gesagt how many kills what ich weiß wie viele kills mit aber die Team, zwei Teams, drei Teams, alle Teams sind hier, okay. Ich glaube die holten mir als erstes. Es sind safe vier da hinten, safe sind es vier da hinten, safe. Wenn das keine vier sind hier, weiß ich auch nicht, dann esse ich den Döner. Das war ja dämlich, warum machst du das? Der ist verlassen. Oh mein Gott, er ist einfach kurz vor mir, dann war er rausgeflogen. Nein, der Arme. Nein, ey, ey, nein! Nein, er hat Akimbo Pistole. Ich dachte, er hat nur eine Pistole. Oh, ich bin so schlecht. Ich dachte, das wäre eine normale Pistole. Warum mache ich das? Der Rion hackt, glaube ich. Bin getroffen! Glaubt nicht! Glaubt nicht! Glaubt nicht! Glaubt nicht! Glaubt nicht! Mit der Bullfrog? Glaubt nicht! Er hat verlassen! Aber, also ich habe, ich habe ja nicht gedacht, dass er also, 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 ich, mir, mir war das nicht so wichtig, ne? Aber, ich habe ja, ich habe sechs, der wird halt überhaupt nicht verdient. Ich habe nicht verdient. Ich habe den Wind nicht verdient, okay? Mir, ich wollte einfach nur kurz gucken, weil ich dachte, er hat so 13 Kills. Da hab ich mir so, hä? Aber, irgendwie, das sah jetzt nicht so gut aus. Da schaue ich so Level 37, non-Prestige. Ich habe 26 Kills. Oh Mann! Jetzt habe ich mit Nenker gespielt. Fuck! Ich wusste es nicht! Ich habe es jetzt am Ende nur gecheckt. Und zwar, weil ich verdienter bin. Mein Gott, 26 Kills. Äh, drei, äh, 50 Kills gehabt mit Hex. Ich habe 26. Wup! Doesn't matter, ich habe es jetzt meinem gedient. Das heißt, ich habe ich mir Lass- suddruck, denn es ist relativ justizier. Oh Mann! Ich kann mich wegen Dich. Ich meine Dich. miracle Samar 2 oder Suka Worth nicht machen!